Ihr hört jetzt den Montart-Podcast der Herr Weinemann-Nachrichten und Odenweiler-Zeitung. Ganz viel Spaß mit dem Schorsch. Ich hab mal schnaufen müssen, wie ich in der Woche das mit der Gebietsreform in der Odenweiler-Zeitung gelesen hab. Das muss man sich einmal vorstellen, was seltenmals alles passieren hätte können. Umso werden die Hommelbecher zu Pferde waren. Wenn man das heute beibringen will, denkt man, dass man nicht mehr alle Wartstücke am Zoo hat. Immerhin hat Pferde dann ja zwei Schwimmbäder gehabt. Eines in Hommelbach und das eigene dann. Und wenn man das Hallenbad in Wäschez noch dazuzählen tut, dann wird Pferde ja längst Bad führt. Weil ich in Wäschez habe schon einmal lachen müssen. Habe die doch wirklich den Krummäscher hinausgedreht und der Sau gedeichselt, dass die mitsamt der Kreckelbäscher und der Brommäscher auch freiwillig nach Pferde gemisst haben. Wo die doch so gern selber eine eigene Gemeinde gewesen wären, die Krummäscher. Da hat es auf alle Fälle ganz schön geracht, da oben draus. Und kann es weiß, warum. Vielleicht hat es ja die Sput wegen der Leverbach gegeben. Und wo die hinkommen tut, kann es ja so sein, dass die Wäschez und auch die Brommäscher die gern eingesegelt hätten. Oder die Wäschez haben eine Gattkarte, dass die Pferde denen die Kapelle wegnehmen und bei sich auf dem Schäppel oben drauf werden aufgebauen, wenn die Wäschez noch krumm machen gehen. Die Ellmäscher haben gerade noch einmal so die Viehs aus dem Prabbel gezogen. Beinahe werden die ja zu Linnefelsen waren. Dann haben sie zwar eine Beugkarte, aber keine Halle gekriegt. Und es ist ja auch nicht schlampisch, dass ein Tal vom Tal noch Pferd gehen tut. Schon steht ja hinten am Stausee, soll abrupt Linnefels anfangen. Und dann haben die Pferde ja beinahe noch lauter Wäschez und mit Gläschern gekriegt. Aber dort fährt man und lernt sie auch an den Rimbach abgegeben müssen. Heute werden die Rimbacher Frauen sagen, dass es nicht so gekommen ist. Dann wäre es nämlich nichts mit dem neuen Bahnhof am Gymnasium. Die haben ja dann schon drei, in Fahmoch, in Rimbach und in Sotzebuch. Aber naja, vielleicht werden die Sotzebücher dann von lauter Engst ja auch nach Merlenburg gegangen. Also dann, sind wir mal froh, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Wer weiß, wie es wäre, wenn es anders gekommen wäre. Bis zum nächsten Mal. Eiern Schorsch. Das war der Montag-Podcast der Weiner Nachrichten und Unmüller Zeitung. Das war der Schorsch, den es immer freitags zu hören gibt. Das war der Schören und Unmüller Zeitung. Das war der Schöpfbar.